Auf meiner wolligen Farm. Also ich hier noch ein bisschen Wolle habe. Ist ja auch nicht verkehrt, dann können wir ein bisschen mehr bauen da drin. Da oben steht auch schon wieder ein Schaf. Ah, unser kleiner Bauernhof. Ist immer schön. Das zu sehen. Allzu lange mache ich heute nicht mehr. Aber irgendwann ist auch mal Schluss und ich muss auch mal was anderes machen. Hingelegt, gestreckt. So. Zum Beispiel die Folgen schneiden. Jetzt müsste ich dann auch noch. Aber das zeigt die Zeit noch, was ich machen werde. Ich glaube, ich nehme mal ein Schwert zur Hand. Spinne. Schön. Muuu. Ja, ich weiß. Gebe scharf. Pam. So. Ich rasier euch alle mal. So. So. So schnell kommt man gar nicht hinterher, wie die das Fell nachwachsen lassen. Pam, pam. Pam, pam, pam. Einfach wild rumgeklickst. Während das nicht die Schafe abernte. So, 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 so. So, so, so. Jo, noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Aber definitiv, dass jetzt das Spiel wieder flüssiger läuft. Also, die Aufnahmen sind fertig und es läuft einwandfrei. Aber es halt, war halt der Computer ein bisschen überfordert mit Hochladen und Video gleichzeitig. Und deswegen, ja. Hat er ein bisschen geruckelt am Anfang, aber jetzt hat er sich so richtig schön eingelaufen. Also, allein wegen der Performance her ist super. Aber, wie gesagt, sagt mal, ob es passt oder nicht. Ob es euch gefällt. Oder eher nicht. So, ich brauche noch ein paar weiße Wolle. Da habe ich doch schon einige. Dachte ich jetzt nicht, dass ich so viel weiße Wolle gesammelt hätte. So. Alter, wie schnell kriegen wir die Wolle wieder. Zack, 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 zack. Ich glaube, ich baue nur noch Häuser mit Wolle. Weil da haben wir jetzt jede Menge. Ich könnte auch einen Flauschi-Weg statt dem Covilstone-Weg bauen. So. Und gleich nochmal zwei abgeerntet. So. So, so. Wäre halt cool, wenn man sehen würde, wie plüschig die sind. Dass man dann vielleicht mehr bekommt. Aber das ist wohl zufallsgeneriert, wie viel das man kriegt. Wollt ihr jetzt nicht mehr fressen? So. Gutes Schaf. Gutes Schaf. Äh, weißes Schaf. Hm. So, pam. So. Kurzen Wollcheck. Einiges am weiße, wieder einiges am gelber. So, ein bisschen mehr am gelber. So. 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 Man dürfte reichen fürs Erste. Zap. Zap. Okay, Wollmangel haben wir nie wieder. Definitiv. Aber Hunger. Deswegen haue ich mir gleich mal einen Schnitzel zwischen die Kiemen. Äh, wo ist denn? Da sind sie. Gut, jetzt gebe ich mal Gas und hoffe, dass mir die Bude nicht abgebrannt ist. Und weil du so schön rumstehst. Weißt du, muss ich dich auch glatt scheren. So, Lauf, Junge. Wir haben doch keine Zeit. Ich massakriere hier die armen Schafe. So. Es steht noch. Es brennt nicht. So. Jetzt nehme ich hier mal die Rote zur Hand. Mach ein paar Akzente. Au. Hier an dem Eck könnte ich wieder. So. Und an dem hier. So. und. Und. An dem Eck hier rüber bin. Mach ich's auch. Na, wieso funktioniert das nicht? Dass ich mich vorher noch abfange, dass ich den Block noch zwischen mich und dem Boden quetsche. So. Wieder nicht. Achso, hier steht Gras. so. Dann ist das eine logische Begründung. Wieso das nicht funktioniert. So, jetzt ziehe ich hier eine rote Decke rein. So, Pornodecke. Dann wird das auch schnuckelig. Ich muss hier irgendwo eine anständige Form für ein Dach hier rein bringen. Ach, lass ich dich mal hängen. Ich lass dich hängen, Junge. Ich hätte doch mehr rote Erde gebraucht. Fällt mir gerade dezent auf. Ich will schon eine rote Decke jetzt haben. Die bilde ich mir jetzt einfach mal so ein. Und dann zimmert man noch irgendwie ein rotes Dach rein. So. So, da ist mir die rote Erde natürlich. Au. abhangen gekommen. Äh, die rote Erde, die rote Wolle, was sage ich denn hier? Hier sind zum Glück noch ein paar Röschen. so, drei röschen, vier röschen, dorn röschen. Da sind noch ein paar Schafe. Die will ich aber gerade nicht, aber die röschen da hinten würde ich gerne nehmen. Wäre vom Vorteil, weil dann könnte ich ein bisschen weiße Wolle umfirmen. Wäre halt nicht ganz so unklug. So. Und beim nächsten Mal werde ich natürlich wieder vielleicht mal wieder auf Erkundungstour gehen. In unserem schönen Höhle. Dann können wir auch Cobblestones ein bisschen farmen gehen. Kriegen wir von dem auch wieder ein bisschen Eisen zusammen. Ja, wäre alles nicht so verkehrt. Nein, zu kurz. So, jetzt mache ich hier noch so ein Ding hin, dass man hier hoch kommt. So, danke. Dann habe ich das. Dann habe ich mir diese Röschen noch. zack, zack, zack. So, 20 Röschen haben wir mit 40 Farbstoffen. Scheiße. Ich brauche sicherlich mehr. Nein, ich brauche Röschen. Da oben steht eine. Da, hier steht auch eine. So, und hier. Hallo, einsammeln. Junge, lass nicht alles liegen hier. Ist ja ein bisschen unklug. Sind hier Minecraft, da musst du alles und jeden mitnehmen. Solange du Platz im Inventar hast. So. Soweit ich blicken kann, sehe ich kein rotes Blümchen mehr. Leider erflucht. Hätte ich noch brauchen können. Im Weg muss ich natürlich auch noch ausleuchten. Ja, hat schon ein bisschen was, das Gebäude. ist halt noch lang nicht fertig. Pam, pam. Ach ja, und hier passt der Dreierweg nicht mehr. Ah, scheiß Gras. Jetzt hat der Junge schon wieder Hunger. Es wird schon wieder dunkel. Okay, ich laufe zurück. doof. Andauerndes hin und her rennen. Ja, jetzt mache ich aber dann die Bude so weit fertig, dass ich auch mal da drin pennen kann. Dann ist hier Ruhe im Gemächt. So. Yo. Oh, schon wieder so spät. Jetzt gehe ich dann sicherheitshalber noch ein bisschen rote Wolle klatschen. Als ich das Dach auch fertig bekomme. Oder ach, scheiß drauf. Ähm, das mache ich beim nächsten Mal. Ich hau mir jetzt in die Kuh hier und ich sage schon mal tschö. Bis zum nächsten Mal. Höre. So, Leute, da bin ich wieder. Minecraft wie immer. Ich bin Minecraft, ja. Äh, gut, da schon wieder ruckelt. Ich hoffe, das fängt sich gleich wieder. Und was habe ich jetzt vor? Das ist immer so eine Frage bei mir, weil ich eigentlich, wenn ich eine Aufnahme mache, selben Pläne mache und die Blümchen. Wieso funktioniert das hier nicht? Äh, hoch. Doof. So. Ja, was ist heute schon wieder los? Achso, hm. Ja, muss ich halt mit den Keys arbeiten. Hilft ja nicht. Meine Maus schon wieder nicht richtig funktioniert. Habe ich wieder nicht gecheckt, bevor ich die Aufnahme gemacht habe, typisch ich. Also Settlinge rein, äh, huch, die Blumen wollte ich wegpacken. Um die ging es mir ursprünglich. Was machen wir heute? Was mache ich denn? Hallo? Wo habe ich wartet mal kurz das so geht doch juhu äh, ich will durch die Tür ich glaube ich brauche noch rote Schafe so war das dann machen wir das Wollhäuschen fertig Ich hoffe das ruckeln hört bald auf bin ich aber sehr stark der Meinung weil ich ja wieder im Hintergrund hochlade und ich wollte die Zeit nutzen und das bisschen geruckeln wird ihr wohl auch überstehen gehe ich jetzt mal davon aus oder dass ihr es nachsehen könnt wenn es doch ruckelt so zack nehmen wir auch gelbe Wolle mit was soll es wieder rein da machen wir wieder na zu blub aber hauptsächlich brauche ich rote Wolle bleibst du hier meh fettes rumgescharfe hier na es ruckelt schon gar stark gut dass alles heute wieder so reibungslos läuft ich dachte schon ich kriege eine aufnahme hin wie heute mal wieder gut wird aber nö da habe ich mich wohl getäuscht so stehen da draußen so viele Schafe und mir kommt es so vor wie das rinnen immer weniger sind die flüchten irgendwo die wollen nicht hier bleiben ich glaube ich mach bald doppelt so hohen Zaun hier dass hier Ruhe ist ja gut jetzt habe ich zumindest schon mal ein Projekt was ich machen könnte so bisschen weiße Wolle noch zack kann ja doch umfärben wenn es ist so nach gelbe nehmen wir auch mit hat Solder Geiz ein rotes Schaf na ok laufen ist heute nicht bis die bis das Hochladen fertig ist würde ich jetzt mal sagen ich habe erst 18 rote Wolle das reicht noch lange nicht danke so weiß weiß ich will jetzt nicht alle Schafe umfärben deswegen deswegen lasse ich das jetzt mal das bisschen rote reicht ja auch fürs erste so 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 gut dann machen wir uns mal auf den Weg vielleicht sind es auch ein bisschen gar viele Tiere hilft ja nicht ich wollte es schnuckelig machen oder anständig und was läufst du hier so rum so nackig ist doch viel besser essen habe ich mehr oder weniger dabei wie habe ich das angestellt ist ja wurs so auf zum Wollhäuschen es schreit schon und wartet alter das lied habe ich aber noch nicht gehört aber es kotzt mich jetzt schon an also überspringen zurück zum spiel aha hat es endlich neue playlists gegeben zum frühstück oder keine neue playlist sondern hier so ne mal eine neue zusammenwürfelung ich habe jetzt ein paar lieder tausend mal gehört ein paar noch gar nicht wie man es gerade mit kriegt ich lüfte mich mal ein bisschen auf wieder so das reicht lange nicht